So Leute, herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play World of Warcraft Classic Vanilla Molten Core. Wir stehen hier vor dem Sulfuron-Herold und werden den gleich angehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und haltet auch direkt mal die Klappe, damit ihr dem Raid-Liter lauschen könnt. An jedem sozusagen ein Krieger dran steht und sobald Duma nach vorne geht, sich den nächsten für hinten holt, könnt ihr die Waffen umswitchen. Die WS ist gleich erst da, der Baldrian macht das. So, mein 100 Abonnenten-Special kommt den nächsten Einzel-Tage. Ja, oder jeder zieht seinen eigenen, wir sagen das an. Falls ihr das vermisst habt, ich hab's nicht vergessen. Dann mach du mal Totenkopf, Schwefel X, Dex, Viereck und Baldrian Mond. Und wenn unser Down ist, dann sagen wir schon mal Bescheid bei den letzten paar Prozent, dass ihr laufen könnt. Okay, also ich werde Crusher mit heilen. Noch ein Tank ohne Fahrschein mit Dorn. Das wurde vorhin angesagt, deswegen werde ich das machen. Moment, der Baldrian ist fixer AFK. Wenn ich's richtig verstanden hab. Also wir tanken jetzt oben. Einer wird immer hierher gezogen. Hier in der Ecke. Ich wollte ein Board. Ich baute dich. Wir ziehen alle nach hinten, oder nur, dass... Erstmal nur ein. Okay. Nur, dass etwas umgehauen wird. Damage bitte erst rauf, wenn er hinten drin ist. Bitte klick. Ich werde dir das Flaschen erst einwerfen, kurz bevor wir pullen. Um möglichst langen Effekt davon zu haben. Also die Tanks, schaut euch die Mulde da genau an. Da müssen die drinstehen. Anders geht's nicht. Weil die Eds heilen sich gegenseitig. Ansonsten heilen sie die immer wieder hoch. So, und keiner guckt bitte in den Loot. Da waren am Sonntag einige. Ich weiß nicht genau, ob sie's wussten. Es wurde gesagt. Loot wird früh genug gepostet. Sonst gibt's auf den Sack. Beziehungsweise Gebärmutter. Wollte ich gerade sagen, was ist mit denen ohne? Obst du daran denken, dass ich aufnehme? Wir werden's bald erfahren. Ja. Ja, jetzt, wo gerade keiner redet, noch mal ganz schnell. Also in den nächsten ein bis zwei Tagen kommt mein 100 Abonnenten-Special. Ich hab euch nicht vergessen. Ja, es wird nur erst morgen ein Teil angeliefert. Stellen sich noch Timmy und Pech und Noah vorne dran. Für die Edtanks. Das Teil, das ich mir bestimmt habe. Der Rest, der nicht genannt wurde, bitte hier hinten weiter zurückbleiben. Wegen den Dedes und so. Ist ganz schwer, was zu sagen. Man weiß nie, wann jemand dazwischenquasselt. Dann mach mal. Let's try it. Was heißt hier try'n? Erlegen? So, Fläschchen rein. So, mal ein Hunter-Pad reinschicken. So. Ich heile hier mit kleinen Heilungen. Hier mit normalem Heilen. Weil das Mana sparend ist. Relativ Mana sparend. In die Müll direkt, du mal. In die Ecke rein, du mal hier. So, ich zung hier mal ein bisschen weiter aus, dass ihr mehr seht. Und warum dann ist die Cursive ein bisschen runter. So. Nächster. X. X, bitte hochkommen. Random Mood? Schwefel, warten. Hier in die Ecke rein, du mal. Äh, Schwefel. Beim Rücken hier reinlaufen. Bisschen weiter nach links ziehen. Nächster kann schon kommen. Der hat sich hochgeheilt. Nee, der hat sich hochgeheilt. Hier in die Mule rein. Links von dir. Da ist eine kleine Ecke. Nächster. Lauf vorwärts, Dex. Seitwärts geht auch. So, ich schluck mal ein Mana-Tank. Voll schnell und rückwärts. Ist immer wichtig, Mana-Tank hier vor schlucken. Weiter, 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 in die Ecke hier rein. Damit die Abklingzeit möglichst schnell vorbei ist und man noch Mana hat. Der nächste. Nächste. So, ich werde mal ein bisschen da hinten mit zugucken. Also, äh, drauf. Können sie da vor einen Plot machen, jetzt ist kein Heiler mehr da. Das ist mit zu. Also, jetzt ist es egal. So. Hey, den hätten wir am Sonntag auch schon machen können. War zu wenig Zeit. So. Ha. Mussten sechs Leute gehen. Jetzt, Herr Sulfur und Herold, jetzt zieht's ganz bloß. Jetzt vermöbeln man's. Kann man wer bitte Magie entdecken drauf machen? Ich hab, glaub ich, gar keine Magie entdecken. Hat, haben doch, Mages haben doch Magie entdecken, ne? Wenn ich das noch richtig weiß. So müsste das sein. Na, das wird ein kurzes Video. Hahaha. Meine Güte. Ausgesetzt, wir bekommen Crusher hier. Durchgeheilt. Aber es sieht ganz danach aus. Und der liebe Herr Sulfur und Herold, der sieht gar nicht mehr so frisch aus. Das ist ganz gut, denn mein Mana geht's langsam zur Neige. Ich werde mir jetzt gleich hier mit dem inneren Fokus einen kritischen Heal reinhauen. Zack. Easy, yo. Sehr schön. Wunderbar. Schön gemacht. So, dann würde ich sagen, mach erst mal das Random dahin. Genau, mach erst mal das Random. So, ich bleib natürlich wie immer drauf bis nach der Lootverteilung. Seid ihr so gewöhnt. Das ist Random. Ja, ja. Ja, ja. First Try, first Loot. Äh, first try. First kill. So rum. So, schau mal. Okay, Random Drop. GZ-Babsy-Lol. Und da liegt er, wir schauen uns mal näher an. Wir gucken natürlich nicht in Loot. Machen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ist vermordt. Ich seh das nicht, Karl. Ah. Irgendwie sieht er aus wie, keine Ahnung, wie eine zusammengefaltete Nacktschnecke. Ich seh das, 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 das. Drin. Der ist ein Firmische. So, lass uns mal gucken, was ist drin. Fangen wir an mit den Platten. Und mein Mantel ist drin. Fangen wir an mit den Platten. Den ich nicht bekommen habe. Ganz kurz, bitte nicht vergessen jetzt, die haben zu looten. Ja, gleich. Ah, jo, danke. Und Schattenschlag ist drin. Ich wieder vergesst. Schauen wir es uns nochmal an hier. Schatten, oh, der sieht fett aus. Guck ich jetzt auch vergessen. Ich hätte es schon gesagt. Achso. Also, 35 von Schwefel. Feuerschuppen, Weinplatten stehen ab. Jetzt ist alles in den Dings drin. Chat. 35 von Schwefel, keiner mehr. Macht einen Minus, wenn ihr nicht haben wollt, umso schneller weiß Bescheid. Gut. Gut, dann 35 DKP an Schwefel, GZ. Ja, GZ, Schwefel. Gruppe. So, ich werde natürlich gleich mitbieten, auch wenn ich keine Chance habe. Ich glaube, ich habe jetzt 70 DKP, wenn ich das richtig sehe. Ich würde zurück nochmal laufen. Fuck. Mantel der Prophezeiung. Das wird nicht reichen. 35 Start DKP, bitte bieten. Dann werden welche 35 sagen. Also, ich sage dann schon mal 40. 50. So, ich warte mal, bis ich alle meine. So. Und jetzt ist es bei mir Ende, wenn einer drüber geht. Okay. Okay. Es hat sich ja gar nicht schon was geändert in der Woche, wo ich nicht da war. Hm. Das ist echt gut mit 35 Start DKP. Ich mache mal Minus, dass ich nicht mehr weitergehe. Das heißt passen, ich habe nicht mehr. Ich kann nur ausgeben, was ich habe. Das heißt passen, ich habe nicht mehr. Wenn ich es verdient habe, hat es sich verdient. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch. Sieht schön aus. Und Schattenschlag. 85 DKP, Startgebot. Bitte bieten. Das ist dieser sehr schöne Dreizack hier. Die ist keine Welt. Nie, Hunter Item, Leute. Hunter Item. Hm. Was ist denn das für ein Teil? Das ist voll scheiße. Eine Stangenwaffe. Und ich kann keine Stangenwaffe nehmen. Das ist so kacke. Und dann ja. Entzaubern dann. Ja. Will es auch keiner für 30 DKP? Gibt es keinen. Zum Rumtesten. Nimm für 2 Gold. Auch nicht schlecht. Die wollten nur nie oder noch einmal auf dem O4 ja nicht. Ja. Jetzt laufen die wieder alle weg. Wollt ihr noch ein Fotofoto machen? Also dann an Lucy, ja? Ja, ja. Jo. Ja, ja. So. Gut. Also ich stelle hier mit irgendwie. Ja, ja. Ich mache meins weg. So, ich blende meine Interface aus. Ich habe bei Gelegenheit dann schon nachbuffen. Karl hat immer noch keine Buffs. Und es fehlen schon etliche Bieder. So, ich habe meinen Screenshot gespeichert hier. Ihr seht. Ich bin mit dabei hier. Das bin ich formschön und einfach. Ich würde sagen, wir brauchen wir Reef Up und Port Colamec. Colamec ist eine neue Fastfoodkette. Ich würde sagen, für Ads finde ich die Barschklasse. Hier wurde noch kein Foto gemacht. Ich bleibste stehen. Ich fahre mal neben zu Colamec und holen und Burger. Cyril sagt erst Cheese und dann darfst du gehen. Cheese oder K-Ban. So. Dann drei, zwei, eins. Cheese. K-Ban. Jubel, jubel, jubel. Kann es sein, dass einer seine Hand noch nicht gelootet hat hier? Der glitzert noch. Ja. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass er keine Hand hat. Ich habe die Fresse nicht. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen vom Sulphorn-Herold. Hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und würde mich freuen, euch bei Golemac gleich wieder hier bei mir begrüßen zu dürfen. Bei uns. Also bis dann, macht's gut und ciao, ciao.